Ich bin Captain Latte, stellen sie sich erst mal vor. Geht dich gar nix an. Wie geht mich nix an? Was soll das denn jetzt? Was schwindel! Was soll das denn? Nimmst du auf die Fresse, du kleiner Affe, Junge! Einfach mich hier anhauen! Killer, gefehlt hier zur Sache, oder was? Hören sie mal! Die kleinen Hamfel-Männer hier! Ja, da rennen sie! Ja, ab hier! Weg jetzt! Reicht! Spuckt er mich an hier? Ich bin nicht Spandau, sie Ömel! Spandau ist die Stadt! Da kannst du nicht mal mehr zu sagen. Hast kein Luhnsecho, hast kein Luhnsecho? Boah, halt, wenn ich deine Scheiß fresse! Boah, Alter, was passiert? Wenn ich klicke, flieg ich raus! Okay, ähm... Alter, geht automatisch! So. Wo ist meine Cam hin? Alter, wenn ich klicke, flieg ich raus und die Cam ist verrutscht! Was ist denn für ein Scheiß, Alter? Das war's! Und ich hab die ganze Scheiße nochmal gespielt! Für den letzten Abschnitt, wo ich einfach nur zurückkomme und das Spiel sagt, was? Alter! Leaderboard? Wird man jetzt im Spiel nur verarscht, Alter? Was? Was? Wird das? Was? Wird das? Hä? Drei Nutten am Straßenrand, seht ihr die? Die haben die Eier erschaffen! Und jetzt... Döt' ich die Scheiß! Verfecht'n nur Nähren! So, und die Fette noch hinterher! Ich kann nicht mehr, Alter! Äh, na, was machst du jetzt, René, Junge? Na, jetzt musst du einen Notruf rufen, ne, du Arschloch! Oh! Oh! Was?! Nase... Ja, das war, äh, spannend! Der soll aufhören, seine scheiß Nase zu putzen. Hallo! Oder hochzuziehen. Alter, hol dir ein Taschentuch! Hol dir... Junge, hol dir bitte ein Taschentuch. Ich bin... Good Job, Alter. Halt dein Maul! Wo... Ah, hier ist der Knopf. Hä? Nein... Hm, ab in Müll. Warum gibt's hier so'n Knopf? Was ne dumme... Dumme, dumme Scheiße schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder schlecht drauf. Zack, hundertprozentiger... Was?! Nein! Das war die Falsche! Schweigen die Tiere... Jetzt müssen wir den einmal analysieren. Panzerstatus, Analyse. Ich brauch' ich vier Sachen. Ich schreib' mir das auf. Ich schreib' das hier rein. Rücklicht. Kiste A. Ja... So, dann... Werkzeuge. Oderer Kotflügel. Kot... Kolbenbolzen. Kappe der Montagehalterung. Aufhängungsarm. Dreimal. Spiralfeder. Box für Munition. So, jetzt gehen wir einkaufen. Fehlende Bauteile kaufen. Ich hab' jetzt alles aufgeschrieben! Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass' dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht bislang nichts besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Chef! Moin. Moin! Ich will mal was sagen! Ich hasse sie! Extra nur für Konsolen. Game, Console, Table. Tausend, wovon der junge Lacke ist auf... So. Jawoll! Ja, man merkt, der Tisch ist extra dafür da. So, Fernseher. Ich raste aus. Oh, der wird ja wohl auf den Tisch passen. Meine Fresse. Ich raste völlig aus. Warum geht das nicht? Was ist das für ein Dreck? Brauche ich irgendeinen bestimmten Fernseher? Konsolenfernseher? Das ist wieder so ein Röhrending. Das passt doch niemals. Oh, nur noch ein Fernseher! Dann läuft es hier! Mach mal noch 2% drauf. Auf 10. Hallo! Alles klar, du willst nicht auf 10! Oh, weißt du was? Aber Asche! Ihr haut da 100% rein! Aber es gibt nur 99, weil die 10 fehlen! Das ist so ekelhaft! Wie kann... Wie kann das denn sein? Das ist ja komisch! Wie kann das denn sein? Das ist ja wirklich sehr komisch! Wie niemand auch jetzt in der Runde danach darauf kommt, dass das ne Variante ist! In was für einer Affenrunde spiele ich hier Among Us! Aber Amar, hast du mich gut durchschaut, die Runde? Ja, nach vorne! Scheinwerfer an, aus, auf L! Fahrer, Stand, Beleuchtung, ist dat laut! Ach geil! Ist ja auch High Resolution Mensch! Da erkenn ich ja alles! Sola, hier! Sola, hier! Sola! Reparieren den Generator! Er wird mich jetzt wegschleppen! In der Zeit kannst du den Generator reparieren! Ja, aber wo ist der denn? Bist du behindert? Der ist genau... Der Generator ist genau voll! Das ist halt wirklich, das grenzt an Körperverletzungen! Ich mein, ihr bekommt das hier gecuttet, aber die Tage vergehen hier und ich bekomm einen Kunden pro Tag! Ah, 5 Euro! Das scheiß Spray kostet 4 Euro! Bohnen kosten pro Tag 2 Euro! Wer setze ich denn hier hin? Und grindet dieses Game! Für 4 Euro! Ich seh keinen Sinn jetzt hier mehr! Also es tut mir leid! Ja, sorry Leute! Also das ist wirklich das brutalste Kackspiel auf Erden! Das schon wieder die Vollschicht kriegt einen Cock in den Arsch! Geil getötet! Omenzerstörer ist OP! JEEE! JEEE! STILL! Halt deine Maul! Ist das ein Fliegenpilz-Kuh hier? Ist das Gen manipuliert? Hören Sie mal, hat dieser Mord immer diese Kuh da Gen manipuliert? Was sind das für ein Wichser? Hören Sie mal! Jetzt mal ganz ehrlich! Die haben ja nicht mal Platz zum Kacken! Ah, hören Sie mir auf! Oh f***! 2015 habe ich schon gesagt, das ist broken! Und jetzt gibt es immer diesen neumodischen Erscheinungen, die kommen wahrscheinlich direkt aus Friedrichshain, ja? Äh, von wegen... Oh! Gibt jetzt ne neue Taktik hier mit Tarek! Der hat ja ne Ulti, macht unbesiegbar! Und dann mal war doch Silien und ein bisschen Lullo und mit hier geht es dann richtig ab! Und ich so, ach ja! Gibt's hier bullshit? Gibt's hier bullshit? Push to talk x! Ruhe jetzt mal alle hier! Ich will wissen wo ich bin! Ah, ähm... Gut! Das war's an dieser Stelle! Ich hoffe ihr hattet alle viel Spaß! Ich nicht! Ich will nur erzählen euch, damit du bist! Ich bin ganz gut, aber das ist ein, wie schiefst! Ich bin gut, der bin ja ... Und da ist immer noch mal. Ich bin ganz gut, aber du kannst dich ... Weird-Upschall. Ich bin einfach. Ich bin wirklich! Und du kannst mich nicht Würdest mich Ich bin wirklich oft.